Hallo und herzlich Willkommen bei Chrysalis Delicious. Heute habe ich mir überlegt, brauchen wir was Herbstiges und herbstiger als Kürbis geht es glaube ich kaum. Und habe ich mir überlegt, komm, wir machen heute mal ein richtig leckeres Kürbisbrot. Wir backen das Ganze im großen Ofenmeister vom Peppered Chef. Der eignet sich dann natürlich wieder perfekt. Man kann es aber das Rezept natürlich auch halbieren und in der Lili zubereiten. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich überlege gerade so, weil ich nämlich dieses Rezept jetzt auch gerade eben mir zusammengestellt habe aus zwei verschiedenen. Und ich habe mich für ein leckeres Dinkelmiel entschieden. Das heißt, dass ich hoffe, das Brot wird von innen richtig schön fluffig und von außen schön kross. Und da ich auch schon selber aufgeregt bin, ob mein Plan denn jetzt aufgeht, würde ich sagen, zeige ich euch schon mal die Zutaten, damit wir auch schon direkt starten können. Wir benötigen einmal für unser leckeres Kürbisbrot 250 Gramm Kürbis in Stücken schon mal geschnitten. Ich habe mich jetzt für diesen Hokkaido-Kürbis entschieden, weil hier die Haut dran bleiben kann. Dann benötigen wir außerdem noch 250 Gramm Wasser. Dann benötigen wir etwa 1 Esslöffel Zuckerrübensirup. Wer kein Zuckerrübensirup da hat, kann stattdessen auch Honig oder Agaventecksaft verwenden oder Zucker. Dann benötigen wir einen halben Würfel Hefe, 1,5 Teelöffel Salz, 70 Gramm Kürbiskerne und 520 Gramm Dinkelmehl Typ 630. Als erstes geben wir den Kürbis in den Mixtopf und lassen das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 7 zerkleinern. Und jetzt geben wir das Wasser hinzu, stellen den Thermomix auf 10 Minuten 100 Grad Stufe 2 ein. Jetzt lassen wir den Thermomix einfach nur kümmern können, wir machen auch den Deckel weg, damit die Hitze schneller rausgeht auf Stufe 2. Einfach weiter rühren, bis es die Temperatur von 37 Grad erreicht hat und das kann in etwa so 20 bis 25 Minuten dauern. Wenn wir jetzt die 37 Grad erreicht haben, dann geben wir unseren Hefewürfel und unser Zuckerrübensirup hinzu und stellen den Thermomix wie immer auf 4 Minuten 37 Grad Stufe 2. Und jetzt geben wir einfach die restlichen Zutaten hinzu, lassen den Teig auf der Teigknetstufe richtig schön kneten, bis sich der Teig vom Rand löst. Falls er sich noch nicht löst und zu klebrig aussieht, gibt einfach von oben nochmal ein bisschen Mehl hinzu. Jetzt nehmt ihr euch die Teigmatte, bemehlt die ein bisschen, gibt den Teig aus dem Thermomix raus, formt ihn zu einer schönen Kugel und dann legen wir ihn in eine bemehlte Schüssel, ich tue es jetzt ganz einfach in der großen Nixe und dann lasse ich den Teig einfach drüben auf der Fensterbank aufgehen, bis er sich schön verdoppelt hat. In der Zwischenzeit fetten wir den Ofenmeister schon mal mit hier zu beständigen Öl und dann gebe ich unten anstatt Mehl ein paar Kürbiskerne von unten schon mal rein und dann formen wir den Teig zu einer richtig schönen Kugel auf unserer Teigmatte, geben ihn dann in den Ofenmeister rein und können ihn noch ein bisschen einritzen und dann gebe ich von oben auch nochmal ein paar Sonnenblumenkerne auf den Teig drauf und falls ihr das Gefühl habt, der Teig ist zu trocken, nehmt einfach ein bisschen Wasser, gebt das von oben drauf und dann halten die Kerne nämlich auch perfekt am Teig. So ihr Lieben, das war's auch schon. Ich finde, das Brot sieht absolut fantastisch aus und schmecken tut es auch noch und es ist von außen, so wie ich es gehofft habe, auch schön kross geworden. Das genaue Rezept schreibe ich euch wie immer oder ist wie immer auf meinem Blog verlinkt. Der Shop von mir genauso, falls euch irgendwas interessiert hat und wenn ihr euch irgendwelche Rezepte wünscht, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich natürlich immer gerne über eure Ideen und Inspiration und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche. Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017